Hallo meine Latronauten! Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt oder das erste Mal eingeschaltet habt zu einer Folge Ben und Ed und hallo an alle Nicht-Latronauten da draußen, weil wir sind heute in einer großen Gruppe und zwar, ich gehe mal von links nach rechts mit dem DVK. Hallo? Der ist ein bisschen schüchtern. Ja genau. Ideal, ideal. War gut. Ja weiter, 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 weiter. Mit dem Schredi, beziehungsweise dem Schreder. Moin. Und dem Zivo. Das war perfekt, das war wirklich super. Also ihr startet einfach mal, ne? Genau, wir starten einfach durch. Ben und Ed, Blood Party, bestimmt schon der ein oder andere von euch gesehen und wir haben uns jetzt gedacht, wir finden uns hier mal ein und hattest du nicht gesagt, du startest? Ja, ich wollte ihn nur ausreden lassen. Wir müssen dazu sagen, wir machen Workshop-Maps. Ja? Ja. Das ist wichtig. Niemals gesehen. Ja, noch nie gesehen. Gibt's nur bei uns auf den Kanälen. Auf jeden Fall. Ja genau, und ich hör schon die ersten Kettensägen dahinten. Oh Mann. Da bin ich den Freitod. Ich bin nur noch ein Schatten meiner selbst mittlerweile. Hallo? So. Okay. Sind das Laser? Was ist das? Das ist Laser, das sind... Das ist ganz schön unverschämt hier gerade. Fuck. What? Oder? Das ist vollkommen übertrieben. Das ist nicht so einfach. Wie konntest du jetzt nochmal in meinen Körper zurück? Alles klar. Hallo. Aua. Hä? Wo müssen wir denn hin? Ach komm. Ach komm, da ist direkt vor diesen Sägen ne 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 ne, wie heißt das? Freitür. Ja, das ist korrekt. Wird gefühlt nicht besser. Vor allem, wie komm ich da hinten jetzt hin? Vor allem, wo seid ihr denn schon wieder alle? Fuck. Fuck. Ich hab drüber geworfen. Warum hab ich das Gefühl? Warum hab ich das Gefühl, dass DVK schon wieder im Ziel ist? Was? Ich bin doch... Ich bin doch... Wir sind alle hinter dir. Erzähl doch mal Quatsch. Oh fuck. Ich komm da gar nicht hin. What fuck? Nein, 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 nein. Ich kämp' mich ja echt Millimeter für Millimeter nach vorne. Was passiert hier? Was? 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 Aua. Ernsthaft? Ich sehe nix. Kann ich nicht... Oh, easy. Easy. Oh Gott. Hey, Checkpoint Nummer 1. Komm nicht, au. Au. Warte, war ne Bombe. Ich brenne. Aua, 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 aua. Aieieieiei. Hat schon jemand den ersten Checkpoint geschafft? Ja. Ich weiß zwar nicht wie, aber... Aua, es tut weh. Okay, ich bin tot. Es tut so weh. Was? Ja, das war schnell. Der Favorit ist aus dem Rennen. Ja, tragisch. Mein Moment zum Scheinen. Go, go. Fuck, ich werd hier... Ich krieg hier eine... Weggeklatscht. Ich krieg eine nach der anderen, ne? Ich brenne nebenbei. Ja. Oh Mann ist tot. Ja, ich glaub auch. Gott. Oh mein Gott, au. Der nächste weggeklatscht. Au, nein, nein, da ist der Checkpoint. Oh mein Gott. Uh, das ist ja schon am ersten Checkpoint gewesen, das doch. Zivo, warum bist du denn so weit vorne auf einmal? Was? So weit vorne? Ich bin auch ganz hinten. Ach, du bist doch am Start. Oh mein Gott. Ich bin ja schon ganz vorne. Ah! Alter, ist das schwer hier. Was ist denn das? Wer lebt denn jetzt noch? Wer hat das vorgeschlagen? Ich. Wer lebt denn jetzt noch? Au! Oh, ich muss ja... Ich muss ja nichts brauchen. Ja, noch du und Latro leben noch, ne? Au! Sag mal, ich stehe hier ganz chillig, wollte mir grad ein Eis aufmachen. Hä? Und mir wird ein Bein wegrasiert hier. Hä? Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Wo ist er denn? Okay. Hä? Was? Und einmal abgeklaten. Was? Einmal abgeklaten. Es sah so gut aus. Ja, sah echt gut aus, ne? Aber... Hä? Ach komm, echt! Au! Ja! Au! Ich würde sagen, jetzt wird Obst beworfen. Weck die Schalkung, Hinger. Nee? Nee? Gemüse. Au! Die Hand ist auch einfach übertrieben zu schnell! Was ist denn mit uns? Was? Boah, die ist echt böse, die Hand. Oh! Das ist ja! Was? Checkpoint. Äh, äh... Hast du's geschafft? Was? Ja. Genau so war das gedacht. In der Testaufnahme die ganze Zeit passiert dann nix, ja? Oh nein, da... Ist ne Falltür, ihr... Gott. Was für eine Scheiße, ohne Witz. Was war das denn? Oh, hä? Ich kann schwitzen. Wie bückt man sich? Steuerung. Okay, ich bin raus. Okay. Du bist die letzte Hunknung. Nein! Komm, hier oben. Ja? Die andere Hüpfe war einfacher. Die andere Hüpfe war deutlich einfacher. Also, ich bin irgendwie auch raus, wirklich. Holy shit. Hm, okay. Geübt, damit wir jetzt nicht so doof dastehen in der Aufnahme. Ja. Aber irgendwie hat das nicht geholfen, hab ich das Gefühl. Stundenlang haben wir geübt. Ja, eine Stunde. Seit heute Morgen um 8 Uhr sind wir schon dran. Die Frage ist nur, wie viel Uhr haben wir jetzt, ne? Also, naja. Viertel nach acht. Äh... Ja, ich würd sagen, schmeißen wir noch eine hinten dran, ne? Wir sind jetzt grad so bei 5 Minuten oder so. Da geht noch ein bisschen. Also, man könnte jetzt sadistischer Bastard spielen, keine Ahnung. Ja, das klingt auf jeden Fall super. Klingt... Klingt an einer guten Map, ne? Ja. Klingt super einladend. Mit 12 Minuten Timelimit ist doch klasse. Ah. Da wir ja festgestellt haben, die Normal-Maps sind zu einfach. Ja, aber auch nur 2 Minuten pro Map, deswegen... Ja. War absolut nicht unser Niveau. Ach du Scheiße. Du hast 2 Minuten pro Map gebraucht. Was zum Teufel? Ich geh da da mal raus, ne? Achso. Ja, das ist ne gute Idee. Äh. Äh. Alles klar. Au. Ey, das ist ja schon wieder so ne Arsch, man. Wie haben wir das? Aha. Achso, ich muss ja... Au. Geh da mal raus. Au, das ist doch vollkommen übertrieben hier schon wieder. Ja. Ist ein bisschen überfüllt. Was ist da? Geht da auch was? Das ist dezent, ja. Okay, abwarten. Ei, ei, ei. Abwarten. Äh. Wieso fällt da eine stachlige Kugel runter? Sivo, ich glaub wir haben den Weg zum Glück gefunden. Wer hat denn diese Maps gemacht? Meine Herren, er muss ja echt viel Langeweile haben. Scheiße. Ich hoffe, die Leute testen ihre eigenen Maps mal aus. Äh, ich bin nur noch ein Gehirn. Ist das richtig? Ich hoffe mal, dass man die schaffen muss, bevor man das so... Achso Scheiße. Ich bin nur noch ein Hirn mit Augen. Ist ja gut aus. Das ist... Hä, wie soll ich denn? Oh fuck. Hast du mich gerade... Hast du mich getötet? Oh. Hoppala. Respawn. Okay, ich glaub ich muss da mal in meinen Kopf werfen. Kann das sein? Ähm. Kann man. Aber muss man nicht. Man kann auch anders rum gehen. Okay, ich hab jetzt einfach in meinen Kopf geworfen. Ich bin mal in der Röhre. Keine Ahnung, wo es mich hinführt. Ich weiß es nicht. Geht für eine gute Idee. Äh. Ah! Ich hab halt irgendwie den grünen Touch. Komm! Ich... Ich glaub ich hab mich verlaufen. Aha. Bist ja intelligent. Hm. Jetzt brenne ich. Scheiße. Die wissen schon, warum die hier so viel... Durch, 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 durch! Oh, da kann ich meinen Kopf da hochwerfen. Okay. Also die Röhre ist definitiv der bessere Weg. Ich glaub das auch. Die Röhre. Achso. Aber die Röhre, wenn du in die Röhre gehst, kommst du wieder am Start raus. Hä? Wie komm ich denn... Du kommst halt hinter den ersten Hindernissen raus. Okay. Easy. Ja, aber die ersten Hindernisse sind ja wohl... Äh, äh, äh. So, Ziel ist die erste Plattform. Stinkst du mir damit. Ja, da ist doch gar keine ersten Hindernisse. Du meinst die ersten Hindernisse, wo nur du dran vorbeikommst? Das sind die ersten Hindernisse, wo, äh, das sind noch nur diese... Schaff ich das genau? Hier bis dahin sitzt du? 5 Meter gerade, oder? Was? Was? Ich komm gar nicht in die Röhre rein. Ach du Scheiße. Was war das jetzt? Ich weiß es nicht. Das leckt ein bisschen hier. Uiuiui. Oder das ist ein bisschen buggy. Keine Ahnung. So weit wie du bist, werden wir niemals kommen. Deswegen können wir dir das nicht beantworten. Grafisch zu weit. Es geht so aufwendig, das Spiel. Warum bin ich jetzt explodiert? Was? Alles klar. Leute. So. Oh Mann. Okay, pass auf. Ich hab ne Idee. Ähm, ich geh jetzt auf die erste Plattform, werf einfach meinen Kopf. Ich bin gespannt. Die Idee ist noch keiner gekommen hier. Weil die wahrscheinlich scheiße ist. Der wird recht gut an. Oh nein. Juhu. Nein, das ist ne gute Idee. Du musst nur auf die erste Plattform schaffen. Oh mein Gott. Ist das eine kranke Scheiße. So und jetzt muss ich hier lang, oder was? Ich blick halt schon nicht, wo ich lang muss. Das ist halt schon das Problem. Ach scheiße. Wir machen das gut. Wir springen, wir springen Köpfe hoch. Alles klar. Wir machen das super. Hör mal. Wir sind. Ah fuck. Jetzt noch mal. Es ist noch Zeit. Alter. Was? Nein. Ach guck mal. Er hat noch einer meine Idee geklaut. Doch nicht so scheiße. Was denn? Ich hab ja gesagt. Ich hab immer direkt rüber geworfen. Ich bin auf keine Plattform gesprochen. Ihr redet von irgendwelchen Plattformen, auf die ihr springen müsst. Ich weiß noch nicht mal. Ah. Ich werde die ganze Zeit machen. Die ganze Zeit von irgendwelchen roten Hammern weggaben. Checkpoint. Wo bist du denn? Bist du noch am Anfang? Nein. Wie kommst du denn auf sowas? Checkpoint. Oh Gott, jetzt kommt diese Kacke her. Was war das jetzt? Ich hab mich auf dich drauf gesprungen. Das kann nicht wahr sein einfach. Ja, geh du zuerst. Mach du mal in aller Ruhe. Das kann einfach nicht wahr sein. Was war da jetzt? Hä? Vorhin stand der still. Der bewegt sich da unten die ganze Zeit. Das ist aber, also ich würde den Kopf rüberwerfen. Das ist aber besser. Oh Gott. Ja. Hab ich jetzt auch gemacht. Checkpoint. Ich glaub's gar nicht. Äh. Wie soll das jetzt gehen? Ähm. Ähm. Lassen du es sich gut aus da oben. Mach mal. Mach mal DVK, Alter. Das war aber ganz schön frech. Was denn? Ich bin nur stehen geblieben, weil ich gesehen hab, dass da eine Bombe ist. Oh, jetzt bin ich da. Ähm. Ich denk mal Kopf rüberwerfen oder sowas. Wie ist jetzt? Ja, ich bin eh tot. Wieder gestorben. Dahinter kommt noch genug. Ach komm. Okay, ich hab ne Idee. Du machst uns echt Hoffnung, wie wir hier hinten sind. Ich hab auch. Ich bin schon richtig glücklich. Ich bin richtig glücklich hier sein zu dürfen heute. Macht doch super viel Spaß grad. Also wirklich. Ja, 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 ja. Ne, das, 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 ja genau. Das scheint nur so, als ob das keinen Spaß machen würde. Ach so, okay. Das ist ja gut. Das ist klasse. Ach. Das ist richtig asozial. Das ist klasse. Wie bist du denn an der Bombe vorbei? Ich hab den Kopf rüber geworfen. Ah, okay. Nein. Warum hast du so viele Leben eingestellt? Ich hab noch 13. Ich hab die Standard-Einstellung genommen. Verdammt. So, wo muss ich jetzt hin? Ach komm, echt jetzt? Oh Gott. Also das mit dem Trampolin ist ja mal richtig geil gemacht. Was für Trampoline? Puh. Gerade noch so. Ey, da war aber... Was? Hey, die Musik kam doch schon vom Checkpoint. Es hat jetzt nicht gezählt? Euer Ernst? Oh. Nochmal den Mist hier über mich ergehen lassen. Boah, das war jetzt knapp. Ach so, ja, ich nicht. Okay, sehr gut. Mein Gott. Nein! Alles klar. Äh, kann man irgendwie... Wie geht das? Scheiße. Okay, ich muss... Also ich kann nicht direkt runterspringen. Ich muss echt hier auf so eine... Was zum Teufel? Ich... Dreh am Rad, ey. Alles. Ja. Okay. Jetzt bin ich in diesen... Dings da rein. Wie geht das? Jetzt hab ich ihn. Ähm... Ich komm da nicht doch. Ich komm da wohl rüber. Okay. Okay. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Ja, das reicht. Gerade so. Denk ich mir auch die ganze Zeit schon. Ach so. So wärs auch gegangen. Also performant ist das jetzt das Spiel nicht mehr hier in dem System. Na oder? Oh mein Gott. Also bei mir lagts auch die ganze Zeit. Alter Scheiße. Alles gut. Alles gut. Oh nein. Ja also... Das sind keine 60 FPS mehr würde ich sagen. Also aber... Ich spiel eh die ganze Zeit schon nur mit knappen 30 oder so. Das ist äh... Oh Gott. Alter. Jetzt soll ich ja als Kopf da bitte rüberkommen. Ey. Nicht alles voll rauchen hier. Fucking ernst. Oh mein Gott. Ich hab nur noch elf Leben. Ach du hast nur noch elf Leben. Ja. Ich hab nur noch sieben. Ich auch. Und ich bin noch ungefähr ne Quadrillion Kilometer unter euch. Eins. Oh Gott. Nein. Oh. Ganz vorsichtig. Sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ach Gott. Ich bin so doof. Ey das ist aber auch schwer. Ich kann aber doch nicht hier irgendwie einfach hier hinten lang oder? Das wär jetzt aber ganz schön... Ja. Das ist so leicht. Ähm. Ah. Ich werd schon wieder zersägt. Geil. Muss ich das tatsächlich... Hä? Vollkommen anders. Woran bin ich denn jetzt gestorben bitte? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Ich hab jetzt extra meinen Kopf geworfen, weil ich dachte das wär ne nifty Idee. Das sind Laser. Laser. Ah. Und ich bin tot. Das verrät einiges. Das erklärt so vieles. Alter. Ey. Guck mal. Wie seid ihr an dieser verdammten Stelle hier? Mein Gott. Du schaffst es, Ladro. Ich dreh vollkommen am Rad. Hat was Gesellschaft geholfen. Alter, Falter. So. Ach da, Laser. Au. Okay. Okay. Hä? Auf der Plattform platzt dir der Kopf? Alter, was ist das denn? Auf dieser Netzplattform dort. Okay. Da sind halt diese Laser drauf. Ich hab noch unheimlich gute vier Leben. Ich hab noch zwei. Acht. Oh Mann. Aber das schmilzt recht. Vielleicht vorbei bei mir. Das schmilzt recht. Vielleicht schade eigentlich. Da hinten ist dann auch das Ende. Also das ist dann jetzt. Da hinten. Ich hätte es trotzdem gerne geschafft. Ich schaff das nämlich nicht mehr. Das Problem ist, es leckt so sehr, dass die komischen Dinger hier teilweise stehen bleiben. Obwohl sie sich aber eigentlich noch bewegen müssen. Ah, das hatte ich von auch. Sehr lustig. Und jetzt brennt es auch noch. Ja, ich kann ja nicht weiter. Du stehst da. Alter. Weil ich das mal vorher gewusst hätte, dass man sich hier drunter durchducken kann. Ja, hab ich grad einfach mal probiert. Ich war mir auch nicht sicher. Ob das funktioniert. Wow. Ich bin hier wieder valide. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Es ist ja alles von mir gekillt worden. Ah, ja, ja. Was? Wir haben keine Zeit mehr so ne Scheiße. Ein verdammtes Leben noch. Was muss ich denn hier machen? Hm, ich würde sagen, drauf springen. Versuch's einfach. Gib alles. Hab geschlagen. Wo bist du? Ich hab voll den Bitch. Kannst da runter. Kannst da runter. Oh ja. Darunter ist das Ziel. Yeah. Ich bin raus aus der ganzen... Was? Was? Alter. Knapp, knapp, knapp. Sehr gut. Immer in einer. Ich find das hier alles nicht in Ordnung. Erstmal bisschen mit Obst. Lachend in den Tod. Richtig. Einmal durchrasiert. Ich hab noch 8 Sekunden. Das wird noch. Du kriegst es hin. Wir glauben an dich. Äh. Okay. Ja, also... Das was ich gesehen hab, hat mich jetzt nicht positiv gestimmt, dass ich diese Map überhaupt irgendwann mal geschafft hätte. Oh mein Gott, die war aber auch ultraschwer, ey. Also diese Community-Dinger. Die haben's auf jeden Fall in sich, ne? Die Map heißt ja auch sadistischer Bastard. Die kommt das nur. Ja. Guter, guter, äh. Guter. Oh mein Gott. Na ja. Ja. Ich hab's dir. Also jetzt haben wir ne gute Viertelstunde rum. Ja, du wolltest was sagen. Ja komm, eine geht noch, oder? Eine einfache? Hast du noch irgendwie ne leichte, oder? Hast du ne leichte für uns? Ja, ich hab keine Ahnung bei den Maps. Wir können ja wieder ne normale Map spielen. Ja komm, dann spielen wir noch eine normale Map. Vielleicht so ne Koop-Map. Vielleicht noch. Zum Abschluss. Wär vielleicht gar nicht schlecht. Ich weiß auch nicht, wo wir waren. Der ist ja... Egal, irgendeine. Wir fangen jetzt einfach von hinten an, dann finden wir schon irgendeine, die wir nicht hatten. Jo. Okay, warte. Äh... Mehr Kitchen Fun, okay. Ey. Ach, jetzt hab ich Zeit damit vergessen auszustellen. Ich hab mich noch mal ein bisschen angepasst, ja. Ich hab schon gedacht, die Sonnenbrille kommt mir doch neu vor, oder? Schön, dass du's bemerkt hast. Ich achte auf Details. Ich achte auf Details. Ich geh mal eben hier rein. Ja. Alle rein. Als kommt hier wieder unendlich viel raus. Ein bisschen buggy, naja. Nee. Also... Jetzt ging's anscheinend. Es sind nur zwei. Ja, okay doch. Drei. Nur vier zwanzig. Was machen wir damit? Wahrscheinlich irgendwo lang schieben. Ey. Wie die sich eh kennen, wenn die das anfassen müssen. Die haben es so anwinkelt. Bleh. Bleh. Ist das schneller, wenn das nur einer schiebt? Nee. Oder? Keine Ahnung. Das macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Oh Gott. Ei, ei, ei. Meat Racing. Ah! Ah! Wir müssen's erst braten. Das ist Koop. Nicht braten. Nicht... Nicht braten. Ich... Ich würde ja lachen, wenn wir das am Ende gar nicht brauchen, ne? Doch, doch. Doch, doch. Ich glaub, Zivo kommt da unten nicht weiter. Weiter. Wir behindern uns, glaub ich, mehr als... Nein. Ich glaub, wenn einer ist... Voll gut, was wir hier machen. Voll richtig so. Perfekt. Und weiter. Ich glaub, wenn einer schiebt, geht's am besten. Ey, komm her hier. Ey. Ey, der Button ist doch auch Arsch, ne? Ja, schon. Komm mal hinterher hin. Achso. Achso. Ja, okay. Wuppi nicht. Wuppi nicht. Wuppi nicht. Wuhu. Köpfchen kommen wir umüber. Ja. Nur mit Köpfchen. Als wenn man die Toilette gespült hätte. Alter. Oh, toll. Äh. Oh, Mann. Ja, ich komm. Ich komm. Deine, deine, äh. Oh, fuck. Hä? Deine Schnecke hat, ist komplett durchgedreht bei dir grad. Ha. Die Schnecke ist grad abgefallen bei mir. Ey, du sollst doch nicht drauf. Lass mal, lass mal oben, lass mal oben. Ich brauch hier einen. Wo denn? Ich komm mal. Lass mal, komm mal her. Hier, zu Schredi. Die brauchen da doch nicht. Die müssen halt nicht wieder hoch. Alles gut. Oh Gott. Zu viel Fleisch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du hast grad 12.000 Rinder geschlachtet. Alter. Ich glaub das war's sogar. Ich wusste grad, dass du auch so viel Fleisch bestehst. Du, wer immer trainieren geht, das ist ja. Tschüss. Oh fuck. Die fleischlichen Lüste wurden hier auf jeden Fall befriedigt. Zehn Stunden später. Definitiv nix. Nix für Veganer in Folge. Oh tschüss. Ich versteck mich vor euch. Das wird zu peinlich. Weiß nicht, ist Zombiefleisch vegan? Kann Zombiefleisch vegan sein? Hallo. Hallo. Entschuldigung. Könntest du dich mal bitte aufhören durchzudrehen? não, nö, nö, nö. Also tomar decision. ption. Weiter geht's. Köpfchen werfen? Nö. In mir Uff. In mir Uffollow. Einfach mal Nö. Jetzt steh's nämlich da mit deinem Köpfchen. Oh nein. Scheiße, da ist seure! Und die letzte Worte. Ja genau, weil Messer sind ja immer im Amp so. so mein Ding, ey. Ja, press the button. Yes. So. Komm ich da jetzt rüber? Nein! Ein Traum. Ein Traum. Nein, nein, du darfst den nicht runter machen. Warum machst du den runter? Entschuldigung. Der muss... Au, das ist doch so geil, was mein Ohrkappen einfach runtergefallen ist. Das klatscht die ganze Zeit hier. Ich muss da runter. Da kann ich nur applaudieren. Ey, Rama! Oh, sorry. Ja, ja, klar, natürlich. Das war nicht mit Absicht. Ja, ja, hast du auch gar nicht vor der Aufnahme schon angekündigt, ne? Warte. Könnte ich muss noch warten? Okay, einmal Kopf abwerfen. Ah, nein! Achso, du hast es geschafft, oder? Gut, gut. Alles gut. Fäter! Wir stellen uns jetzt hier oben hin und lachen. Da komm ich doch niemals ran. Ey, sag mal! Mein Kopf einfach runter. Ach, scheiße. Da musst du schon treffen. Ähm... Ach, komm! Ey! Nein! Ich schaff diesen verdammten Sprung nicht. Tschüss, Schredi! Alter! So, auf geht's! Ja, genau! Ähm... Das, das wir gesagt haben, uns waren die normalen Maps zu leicht, schneiden wir aber alle raus, oder? Ah, okay. Da wir festgestellt haben, die normalen Maps sind zu einfach. Ja, aber auch so zwei Minuten pro Map, deswegen... War absolut nicht unser Niveau. Oh! Alter! Aus meiner Sicht geht es. Ey, wie komm ich denn am leichtesten da rüber? Ich glaube von hier, oder? Feuere gerade. Von links. Fuck! Ich bin auch noch zu hackt worden. Äh, hallo? Hallo? Kann jemand? Schredi, kommst du? Ja, ja, ich komm mal. Ich bin unterwegs, keine Sorge. Oh. Äh, was? Tust du da? Kannst draufwerfen, deinen Kopf. Ah, okay. Bin wieder am Anfang! Sehr gut! Toll. Schredi, lass dich, Schredi, lass dich nicht stressen, aber du hast noch 9 Minuten 55. Zu mir. Zu mir. Achso, ja, du willst... Ach nee, da, Schredi. Nein, Schredi. Was bist du denn? Sehr gut. Fuck, irgendjemand hat die Plattform da drüben deaktiviert. Ja, das stimmt. Du machst mal die andere wieder hoch, damit ich da hinkomme. Dann kann ich dir die andere wieder hochfahren. Ja, so nicht. Bitte nicht. So funktioniert das alles hier nicht. So. Hallo? Ja, super. Nein, nein, nein! Okay, jetzt kannst du draufkommen. Nein! Hey, ich werde diesen Sprung nie schaffen. Fokka, komm mit zu mir, ich brauche dich. Okay. Dein Button, Brücker. Schredi? Aber, ich bin einmal durchgeteilt worden. Achso, wow. Okay. Und da... Ich brenne. Du kannst es schaffen. Immer noch. Okay, mit Sprint. Easy. Oh, wow. Sekunde, es dauert, kann sich nur noch um Stunden handeln. Hui. So, okay. Und jetzt, äh, äh, ich gehe hier lang. Leute, was zeigt ihr hier so langsam? Zieht man den Finger? Äh, äh... Oh! Oh! Nein! Du dumme Pute! Ach, heje! Jetzt ist aber auch der Wurm drin hier. Äh! Alter, wenn du brennst, gerät so so in Panik, ne? Dass du da nur noch Dummheiten machst. Das erinnert mich, diese Messer erinnern mich irgendwie an Gummi-Twist hier, ey. Okay. Ich hab dir anderen Weg genommen. Äh, kann ich bitte auch noch einen Namen? Klumms! Das ist ein dummes Huhn. Ich will... Äh! Ich will ein neues Huhn! Scheiße. Alles klar. Äh! Abgeschlagen. Lalalala. Lalalala. Okay, vorsichtig, vorsichtig. Aber! Vorsichtig, blum! Einfach durch! Was ist das denn hier? Übertrieben ist schon wieder. Das ist nichts übertrieben. Überhaupt nicht. Das ist alles im regulären... Alter, das überlebe ich doch niemals. Wo müssen wir denn hin? Oh, hier ist ein Checkpoint. Au! Was ist hier los? Ich stehe doch eigentlich nicht. Au! Ey, sag mal. Die andere... Eine Plattform muss irgendwie hoch. Ach so. Ach, schau. Ja, noch hoch. Nochmal hoch, die Plattform hier, wo ich da aufstehe. Alter. Nochmal hoch. Nochmal hoch. Komm jetzt! Steh auf, du! Ach, oh mein Gott. Ach, wow. Okay. Scheiße. Hat ja gut funktioniert. Okay. Ja, ich muss dir den Kopf da reinwerfen, aber... Warte mal, ich muss gucken, welche das ist. Der andere muss runter. Da war! Jetzt haben wir mal Schluss mit lustig hier, ne? Ist das ein Doppelhaber? Das ist aber hier. Ruck, zucki. So, jetzt vielleicht mal nicht sterben beim Kopfwerfen. Oh, Quatsch. Sehr schön. So. Ah, jetzt können wir da lang. Sehr gut. Richtig. Was ist denn das hier? Ich bin jetzt ungefähr das ungelogen siebenhundertste Mal in Folge an dem ersten Hammer hier gestorben. Ja, jetzt müssen wir warten. Ja, sechs Minuten vierunddreißig noch. Ja, das könnte mit dem Hammer auch ein bisschen dauern, ne? Wir werden uns in dreißig Minuten. Jetzt wird er nicht mehr auf zu hocken. Was ist das? Ah. Ey. Nein! Das hat mich geköpft. Oh mein Gott. Komm, ich hole mir nochmal meinen ganzen Körper. Oh mein Gott. Einfach nur, weil es kann. Zivu, bist du denn schon durch? Du bist schon lange durch. Das ist gar nicht so einfach, ja. Er hat mich wieder mal alle alleine gelassen hier, ne? Wir warten hier. Wir warten hier. In der Hoffnung, dass ich es irgendwann noch schaffe. Ihr seid aber sehr optimistisch. Der Zivu hat schon seinen Kopf verloren vor lauter Aufregung. Hä? Wo ist... Was? 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 Oh nein, jetzt fängt es an zu laggen. Oh nein! Ich habe Standbilder. Ja, ich auch. Nein! Das ist nicht gut. Jetzt hat es gerade... Oh fuck. Ich gucke gerade meinen Schritt an im Lag. Du guckst dir deinen Schritt an? Ja. Du hast die Kamera an, ne? Man sieht, wenn du dir den Schritt guckst, oder? Ja, ich habe Facecam. Also ich kann gerade leider nichts machen, weil... Nein, ich auch nicht. Nein, doch nicht. Ein beängstigendes Lachen des Gesichtes ist auf dem Hammer zu sehen. Jetzt geht es wieder. Ich habe 2 FPS, sagt mir Steam. So viel tatsächlich. Facecam. Krass. So viel? Wenn Steam das sagt, dann ist das nicht gelogen. 47 bei mir. Stabil. Bei euch läuft es schon wieder, ne? Bei mir nicht. Äh, äh, äh... Bei mir läuft es durchgehend, weil ich der Host bin. Also ich habe, ich habe... Ups und press Enter to respawn, kann aber mit meinem Kopf mich noch bewegen. Und jetzt bin ich komplett... Aber Legs habe ich ja. Das merke ich. Ich kann nicht schlagen. Ähm, jetzt bin ich die Säule, glaube ich. Jetzt bin ich in den Kettensägen. Das Spiel dreht, glaube ich, gerade durch. Jetzt bin ich wieder die Säule. Bei die Säule. Ich gucke mir meine Nase so lange an. Meine Zeit läuft auch nicht mehr ab. Ah, jetzt ist bei mir auch Sting. Jetzt ist bei mir abgestürzt. Alles klar. Das ist ja gut. Ein Unreal Process has crashed. UE 3, 4, BA, Blood Party. Alles klar. Warte mal, bist du nicht der Host? Ja, genau. Jetzt geht es mir wieder, wenn du rauskommst. Danke. Ähm, ich bin aber immer noch die Säule, obwohl du nicht mehr im Spiel bist. Das ist doch super. Na, jetzt ist das vorbei. Premium raus. Ah, Gott sei Dank. Premium. Penis, es stinkt nach Maggi. Also, gehen wir davon aus, wir haben es geschafft. Auf jeden Fall. Ja. Hast du Folge? Das lief ja perfekt. Oh Gott. Das kannst du eigentlich nicht hochladen. Das ist ja kaputt. Das ist jetzt eigentlich ein schöner Schlusswort, dieser eine Server. Es stinkt nach Maggi. Ja. Mit dem Penis. Penis, es stinkt nach Maggi. Es gibt auch eine Map, die heißt, es stinkt nach Maggi. Ach, Quatsch. Ja, das ist die Map, stimmt. Ah, stimmt. Es stinkt nach Maggi. Penis versus es stinkt nach Maggi. So, wer macht jetzt hier Absage? Wer sagt denn hier Ciao? Wer macht hier die Absage? Wer macht hier die Absage jetzt? Wir brauchen noch einen Absacker. Ciao, ne? Macht's gut. Ja, tschüss. Liked uns, abonniert uns und keine Ahnung. Schaut mal auf den Kanälen von den anderen vorbei. Die sind in der Beschreibung verlinkt. Ja, hoffentlich denke ich dran. Professionelle Verabschiedung, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall. Ja, kann man so nehmen. Alles gut. Ich bin zufrieden. Und tschüss. Vier gewinnt, vier reicht. Ciao. Ciao. Ciao.